Mit diesem Video möchte ich Ihnen den Einbau eines Fernspeisetalking-Überspannungsableiters für TV-, SAT- und PK-Anlagen mit 4,75 Ohm-Verkabelung vorstellen. In diesem Fall handelt es sich um eine Satellitenanlage, die wir schützen wollen. Die Satellitenkabel, Sie sehen es hier an der Verkabelung, hat in der Einspeisung oder abgehend vom Speisesystem 4 Kabel, somit ein Quattro Speisesystem, ist über den Verteiler verbrückt und wird dann in der Verbrückung abgehend verkabelt zur Wohnung selbst. Wir werden ein Produkt, ein Fabrikat der Firma DEEN einsetzen. Und zwar handelt es sich hier um den D-Gate als Überspannungsableiter. Und hierzu möchte ich erwähnen, hier gibt es zwei Varianten. Es gibt eine Ausführung als reinen Überspannungsableiter, den wir hier verbauen wollen. Für diese Anlage ist reiner Überspannungsschutz ausreichend. Es gibt aber auch eine Variante als Kombiableiter. Hier sind dann zwei Bauteile in der Verpackung integriert und diese zwei Ableitereinheiten müssen dann an sich nur miteinander verschraubt werden. Das ist der einzige Unterschied, ansonsten bleibt Montage und Anschluss vollkommen identisch. Das wäre hier sozusagen der Kombiableiter. Wir werden aber hier, da Überspannungsschutz ausreichend ist, nur den D-Gate als reinen Überspannungsableiter einbauen. Der D-Gate kann auf zwei Arten montiert werden. Man hat einmal die Möglichkeit, hier mittels eines Adapters, der abgenommen werden kann und an die Wand gedübelt werden kann, den Ableiter auf die Wand direkt zu setzen. Da wir hier in diesem Falle vier Stück, also für jede ankommende Speisesystem, einen Ableiter benötigen, werden wir hier bevorzugterweise eine kleine C-Profilschiene einsetzen, denn der Ableiter kann auch mittels C-Profilschiene montiert werden. Das heißt, wir werden die Installation abändern, wir werden den Verteiler rausnehmen, werden die C-Profilschiene einsetzen, die Ableiter draufsetzen. Der Ableiter, sehen Sie dann später, kann auch über das C-Profil geerdet werden, mittels PE-Anschluss und einer Erdungsklemme. Und somit dient der Ableiter den Gate als Überspannungsschutz und als Verteiler für den Anschluss dieses Systems. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020